Hi, willkommen bei Etrodo. Ihr sucht einfache Kopfhörer ohne Bluetooth, mit Kabel, zu einem sehr, sehr guten Preis, die, und das ist vor allem wichtig, extrem gut klingen. Dann kann ich euch die Pioneer SEMJ503 wärmstens ans Herz legen. Ja, das Video will ich gar nicht so lang machen, denn so viel lässt sich gar nicht darüber sagen. Die klingen extrem gut, die sehen schick aus, tragen sich sehr bequem, sie sind schön flexibel, ich heiße, ich kann auch das Kopfband ausziehen. Da passt eine große Birne drunter. Ja, auch die Auflage hier, die skummiert, also die kann man lange tragen. Und was wichtig ist, sie sind schallisolierend, also wenn ich die aufsetze, höre ich halt gar nichts mehr. Obwohl sie aufliegen, saugen die sich sehr gut ran. Das finde ich halt top, ist gerade auch für DJs im Einsteigerbereich, sind diese Kopfhörer wirklich zu empfehlen. Wir haben hier nicht das längste Kabel, finde ich aber ausreichend, je nachdem, wofür man sie natürlich benutzt. Fürs DJing perfekt, weil man immer nur einen kurzen Weg hat. Bei mir zu Hause auch zum Beispiel am PC benutze ich die auch, da habe ich direkt den Anschluss am Tisch, da hat man natürlich die kurzen Wege. Wir haben hier verschiedene Ausführungen für Handys, für Android und Apple. Da haben wir dann hier mit Mikrofon, haben wir dann hier eine etwas längere Klinke, weil wir hier noch den Mikrofonanschluss haben. Und wir haben natürlich viele verschiedene Farben. Da könnt ihr also einfach selbst wählen, ob ihr mit oder ohne Mikrofon haben wollt, je nachdem, wie ihr natürlich die Kopfhörer benutzen wollt. Ich kann diese Kopfhörer wirklich empfehlen, denn wir müssen sagen, wir haben hier einen lächerlich geringen Preis mit einem, und das muss man dazu nochmal betonen, lächerlich guten Klang. Ihr werdet auf dem Markt wahrscheinlich nichts Vergleichbares finden, für so einen geringen Preis, einen so extrem guten Klang, vor allen Dingen auch im Mittel- und Tieftonbereich. Die Höhen aber gehen hier auch nicht unter. Also wirklich zugreifen, wenn ihr Kopfhörer sowas sucht, zugreifen. Ihr werdet absolut zufrieden sein. Dazu sind die Kopfhörer natürlich noch schön flexibel, denn wie gesagt, Kopfband ist ausfahrbar. Wir können sie hier links und rechts drehen, wir können sie einklappen, sie sind sehr gut transportierbar. Meine Empfehlung auf jeden Fall zugreifen, damit macht ihr wirklich nichts falsch. Wenn ihr noch weitere Kopfhörer vielleicht euch mal anhören wollt, könnt ihr das auch gerne bei uns hier bei eTrodo. Wir sehen hier im Hintergrund haben wir auch ein paar sehr, sehr hochwertige Kopfhörer im hohen Preisbereich, aber auch im niedrigeren Preisbereich. Also wir haben hier wirklich alles abgedeckt, einfach vorbeikommen, könnt ihr euch die mal anhören, sonst gerne einfach bei eTrodo.e einfach mal umgucken.